Servus und willkommen zu einer wunderschönen neuen Folge von Chivalry, Deadliest Warrior. Heute mal wieder im Duellmodus. Habe ich schon lange nicht mehr gemacht. Und ich bin gespannt wie es läuft. Ich habe eben schon mal ein bisschen gespielt. Und da war es leider mal gar nichts in meinem Tag. Aber ich bin ganz guter Wiener. Ich bin aufgewärmt. Das war natürlich dämlich, dass ich mein Schild gegen so einen Kerl wegwerfe. Gegen den habe ich eben schon ein bisschen gespielt. Und der ist einfach saugut. Da kann man sagen, was man will. Das hat er übrigens bei mir auch gemacht. Also vor dem Kampf schon mit der Fernkampfwaffe nach mir geworfen. Deswegen habe ich da gerade überhaupt keinen Mitleidenden gehabt. Vorhin hat er mich nämlich die ganze Zeit gekillt. Und ich habe mir gerade geschworen, ich räche mich an ihm. Ich muss... Ich habe eben echt alles ausprobiert gegen den... Jede Charakterklasse durch. Aber ich glaube, mit dem Wikinger könnte es ganz gut gehen. Nein! Vorbei! Jetzt hat er natürlich wieder... ...den Vorsprung gehabt. Ich probiere jetzt mal was anderes. Ich habe ja zwei Schwerter dabei. Ob es da vielleicht ein bisschen besser mit klappt. Yes! Viel bessere Bilanz als die letzte Runde. Da kann ich mir schon fast was drauf einbilden. Jetzt hat man beide dieselbe doofe Idee. Komm her. Wir können nicht die ganze Zeit... ...uns gegenüber irgendwo stehen. Scheiße! Jetzt hat er wieder... ...en schnelleren Schritt gemacht. Aber im Gegensatz zur letzten Runde... ...ähm... ...da habe ich ganz schön abgenommen. Muss ich sagen, ich bin froh, dass ich es nicht aufgenommen habe. Oh, das war klar. Da hätte er mir auf den Kopf beziehen können. Au! Yes! Einen schönen Rückhandschlag. Arm ab. Aber ich würde gerne noch eine Enthauptung schaffen. Auch wenn es das komisch anhört. Yes! Schön mit Schwung. In den Rückhands... Ei, 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 ei. Nein! Vorbei! Yes! Ja! Ich werde besser. Wuhu! Das war knapp. Darauf habe ich gewartet, dass er schon heiß... ...bär rumhaut. Ohaah, verdammt! Yes! Nein! Er hat vorbeigestaubt. Ich hatte gehofft, dass er so doof ist und schlägt. Dann wäre er nämlich volle Möhre... ...an dem Pfosten hängen geblieben. Aber... So doof war er leider nicht. Ich versuche jetzt ganz doll auf G zu hämmern, dass ich mein Schild direkt werfe. Yes! Ah, das gibt's doch nicht. Ja! Nein! Ah, ich war sogar noch einen Schlag vorne ran! Aber da ist die Runde, glaube ich, auch schon fertig. Ah, Mann. Ich bin einfach zur falschen Zeit gespawnt. Oh, der darf ich noch. Iiii! Bei dem muss ich aufpassen. Zu hohe Reichweite. Alter! Warum habe ich den denn jetzt nicht betroffen? Beil... Bäh? Das gibt's nicht. Sind die denn heute alle besser als ich, oder wat? Schild raus! Wo ist es? Da ist es. Yeah! Endlich! Noch einer. Oh, jetzt hält mir gerade auf. Ich habe gar kein Schwert mehr. Wo habe ich es denn vorhin hingeworfen? War irgendwie, äh, anzunehmen, dass ich das nicht überlebe. So. Ach komm, warum hörst du dann auf? Achso, Runde verstanden. Haut den... Hier! Tot! Ja, gut. Ja gut, dann nächste Runde wohl. Ja, gut. Der komische... ... ... ... ... ... ... ... ... Ich wollte gerade sagen, warum lädt denn die Map jetzt nicht nach? Komm, aber jetzt bitte nicht lange... ... ... ... ... ... ... ... Direkt weiter im Text. Dankeschön. Ich nehme mir jetzt... ...nen Samurai mit dickem Lümmel. Äh, warum kann ich den nicht hauen? God! Oh God! Leads, Fates! Könnte ein Problem werden. Wikinger, sehr schnell. Ich eher langsam mit der Waffe. Aber... ... ... ... ... ... ... ... Ich merke es schon. Ja, zu langsam. Deswegen, ich switche auf den Spartaner mit dem Kuppis. Kleines, schnelles Schwert. Ist eigentlich ja nicht so, die Waffe meiner Wahl, aber... ... ... Vielleicht muss ich das auch gar nicht benutzen. Wenn er unvorsichtig genug ist, kann er auch gerne in meinen Speer reinlaufen. Verdammt! Jetzt stechen wir hier die ganze Zeit aneinander vorbei. Jetzt muss ich erstmal Ausdauer regenerieren. Ähm, hallo? Der hat in ihm drin gesteckt. Ach, komm hier. Jetzt machen wir das mal, wie die Männer den Mann kämpft. Das ist mir gerade echt ein bisschen zu blöd. Ich hab keinen Bock gegen so eine Lusche zu verlieren. Das gibt es doch nicht. Brauche ich doch eine andere Waffe. Der bleibt zu sehr auf Abstand. Das heißt, langes Schwert. Ja, komm, verbeug dich halt. Oh, Mist. Ganz dumm ist er ja nicht. Sogar sehr schlau. Ich versuch's jetzt mal anders. Wenn er nicht mitrechnet, kriegt er mein Speer vor die Rübe geknallt. Verdammt. Verdammt. Yes. Und noch einer. Nein. Hätte ich eine halbe Sekunde vorher zugeschlagen, hätte ich den Hit gesetzt. Aber so so natürlich nicht. Ach, scheiß drauf. Ich bleib einfach beim Spartaner. Oh, so knapp vorbei. Wie kann es sein? Komm her jetzt. Oh, da hat mir der Pfosten doch wirklich einen Arsch gerettet. Da hat ich einfach keine Ausdauer mehr. Also irgendwie bin ich heute mal so gar nicht gut drauf. Das muss sich ändern, ey. Aber ich treffe auch irgendwie nichts von dem. Endlich mal einer. Ich bin so konzentriert, ey. Aber es bringt nichts. Der läuft immer so viel. Das nervt auch leicht. Das ist so krass. Der wartet so gut ab. Von dem kann ich noch so viel lernen. Ich weiß aber auch nicht, was für eine Waffe ich nehmen soll. Ja, ja. Verbeug dich ruhig. Ja, ja. Ich hab's gerafft. Der ist einfach zu gut. Das ist... Ich krieg's nicht geschissen gegen den... Ich krieg's einfach nicht geschissen. Letzter Versuch mit einem Samurai und einem Katana. Aber auch das wird wahrscheinlich nicht von Erfolg gekrönt sein. So bin ich aber wenigstens ein bisschen schneller. Ja. Komm schon. Ja. Was eine Wohltat. Und da schreibt er Good Fight. Da hat er vollkommen recht. Das macht richtig Spaß gegen den. Aber auch wenn ich verliere, aber ich kann mir noch so viel von dem abgucken. Nein. Nein. Ah, da war er zu schnell. Ich glaub's nicht. So, ich denke mal, das ist dann der letzte Spawn, wenn ich nicht zu schnell draufgehe. Ja. Mit einem schönen Fußtritt. Jetzt muss ich... Boah. Wie der Ausdauer runtergeht. Was ein Glück, dass er zu hoch gehauen hat. Komm schon. Nein, da hat er mich. Komm schon. Lass dich dich noch... Nicht noch bitten. Komm schon. Hau zu. Nein. Verdammt. Und er tut das auch noch. Mit tödlicher Genauigkeit. Ah, ich lass mich zu einfach verleiten, ey. Finte. Das gibt's nicht. Rematch. Komm, ein Rematch mach ich noch. Was war denn das jetzt? Ich muss gewinnen. Ich will wenigstens noch einen Kampf gegen den gewinnen. Nein. Okay, noch eins. Ihr merkt, ich bin heiß. Ich hoffe, ihr habt trotzdem Spaß mir zuzugucken, auch wenn ich halt volle Möhre abnube. Oh nein, jetzt hat er auch noch eine dicke Axt. Ich hoffe, dass ich jetzt ein bisschen Spieligkeitsvorteil ausspielen kann. Sehr gut. Vielen Dank fürs Zuschauen. Bis zum nächsten Mal. Tschüssi.